Die Zauberkröte. Ja, hier steht Toad Story, so heißt diese Welt auf Englisch. Aber ich habe eine Nachricht. Täglich neue Herausforderungen. Neue tägliche Herausforderungen verfügbar, meine ich. Murphy's Katakomben. Probier's aus. Nein, danke. Wir gehen hier rein. Und schauen, wie die erste Welt so wird. Rayman und die Bohnenranke. Hm. Yeah. Wahoo. Hier ist schon mal nix. Eine Bohnenranke. Oh, wow, wow. Komm, komm, komm. Ich will euch in Lila schnappen. Yay. Seht ihr, das waren fünf Stück, aber dann kriege ich auf einmal mehr. Das Doppelte meine ich, wenn ich sie Lila aufsammle. Hier dasselbe nochmal. Komm, 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 komm. Yay. Guckt euch das an, ey. Also hier ist schon mal nichts. Oder? Nein. Dann können wir getrost weitermachen. Jahu. Und zwar, naja, hier oben ist auch nix. Ich neige dazu, jeden Winkel immer komplett anzuschauen. Oh. Wie kriege ich jetzt hier alle in Lila? Komm, ich will nicht. Nein, nein, nein. Komm, ich rette mich halt erst. So. Ja. Ja. Die habe ich. Komm, ich will nicht. Hier ist so coole Musik in dem Level. Ja, ja. Woll. Wer sagt's denn? Und... Ja. Ja. Ein Check. Äh. Nochmal. Das schaffe ich doch wieder nicht. Also. Ich meine, ich schaffe es schon, aber... Hahaha. Wer sagt es? Denn... So. Gibt's hier unten noch was? Nein. Dann gehen wir weiter. Ey. flieg gefälligst hoch. So. Och nööööö. Muss das sein. Nein, nein, nein. Die Spiele oben bleiben. Das habe ich aber ein paar nicht erwischt. Ich hoffe, das macht nix. Ja. Ach... Das macht doch was. Ich kann jetzt hier eh nur runter rutschen. Ahahaha Und hier mal ins Wasser gehen. Genau. Oha. Das gibt einen kleinen Bonus. Und yeah. Ich wusste doch, dass sich hier irgendwas versteckt. Boah. Wow, 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 wow. Ich will den haben. Ich will den haben. Ich will den haben, verdammt. Ja, ich krieg ihn. Oder auch nicht. Erstmal wieder zurückrutschen. Und jetzt. Komm. Ja. Ah. Oh, um Gottes Willen. Ja, wer sagt's denn? Und noch einmal so ein graziöser Sprung. Ja. Nein, Kleiner, komm her. Lass dich retten, verdammt. Ei, ei, ei. Du Kleiner. Jetzt. Kleinling. Ah, die Königin. Peace. Danke, hab ich schon. Aber. Aber. Man sagt ja trotzdem Danke. Okay. Hier hatte ich so ziemlich alles. Oh nein. Bitte, bitte, bitte alle. Ja. Oh, hier ist wieder Wasser. Und ich höre einen kleinen Ding. Der gerettet werden will. Und er wurde gerettet. Gibt's hier noch was? Underwater. Sieht nicht so aus. Das heißt, ich schwimme nochmal zurück. Oh, hier geht's hoch. Blubi, dobi, dobi, doop, doop. Blubi, dobi, doop, doop. Ach, nö, ey. Wie mein dieses. Nein, bitte nicht. Ja, so. Aus der Seite. Und jetzt einfach. Ah. Aber fast. Ei, 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 ei. Höher, höher, höher. Schneller, weiter. Geht nicht. Dann muss ich wohl hier weitermachen. Oh, da ist ein neuer Gegner. Ah. Ziehe die Finger zusammen oder auseinander, um zu zoomen. Ziehe die Kamera mit dem Finger auf dem Touchpad, um sie zu schwenken. Ah ja, schehe, um mein Foto zu teilen. Keine Lust auf sowas. Oh nein, das wird hier was. Kann ich hier unten irgendwas? Ne, das wird mich doch wohl nicht töten. Boah, es hat mich nicht erwischt. Ich muss jetzt irgendwie hier? Och. Versagt. Ey. Bleib mal hier. Oh Gott, es jagt mich. Geh weg. Geh wieder weg. Oh, jetzt liegt's knapp. Ei, 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 ei. Oh Mann, ey. Ey, du. Krötenkopf. Kann ich mich auf ihn drauf? Ich muss doch auf ihn drauf, oder? Um da hoch zu kommen. Dann hau ich ihn halt weg. Und dich auch. Und dich auch. Alle weghauen. Ne, da oben, da komm ich definitiv nicht hin. Hier ist wieder so ein Sprungteil. Kann ich hier hinten hin? Ne. Im Hintergrund ist auch so einer. Oh Mann. Wie ich doch dieses Sammeln von den Dingern hasse. Oh, wow, wow. Oh. Hier geht's wieder noch höher. Aber hier oben gibt's gar nix. So wie's aussieht. Oh, doch. Ha. Gerade sag ich es und dann. Oh. Ah. Okay, das war schlecht. Das war sehr schlecht. Ei, ei, ei. Na, sag doch mal. Läner hochbringen will. Ei. Der Witzker. Jetzt aber. Bam, ey. In your face. Kleinling. Ah ja, das ist der King. Wie ihr alle Raymen lieb habt. Also hier war ich ja. Jetzt geh mal da rein. Rein, mein ich. Ach du. Dickes. Äh. Wie auch immer. Dornengedingse. Oh, jetzt muss ich die Dinger wieder jagen. Weg mit dir. Komm schon, ich krieg dich. Och, nö. Schon wieder nichts. Aber ein Kleinling. Komm. Yes. Ich brauche mindestens 700, glaube ich, oder? 700 Looms. Durch die alle zusammenkriege, ist aber die Frage schlechthin. Oh, komm. Jawoll. Oh, die muss ich töten. Ich muss sie töten. Kommt her. Sonst kriege ich doch keine Looms. Hier, du bist der Nächste. Gleich, kleiner. Erstmal die Viecher wegdreschen. Hier bin ich. Nein, ich habe einen übersehen. Moment mal. So geht das aber nicht. Ich habe einen übersehen. Komm ich da noch? Irgendwie unbeschadet. Einfach runter, ja. Oh, hier sind ja nochmal Looms. Ah, guck mal. Hier ist ein Loch drin. Da kann man rein. Und da ist er. Ich habe ihn. Hm, das ist jetzt echt knapp mit den Looms. Es sei denn, hier fliegen. Moment mal, hier unten war doch was. Ne, da war nichts. Okay. Also gut. Fliege ich weiter. Ich sehe das übrigens an der Anzeige, weil die werden ja der Reihe nach angezeigt, die kleinen Dinge. Und da habe ich gleich gesehen. Einer hat gefehlt. Hm. Okay, hier war ein Gegner. Boom. Ja. Eieiei. Yay. Das wird echt knapp. Aber hier sind ja noch Looms. Looms, 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 Looms. Ey. Halt. Nicht so schnell. Nicht so schnell. L, 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 L. Ich gucke nochmal, was es hier oben gibt. Wohl nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Moment. Alle Kleinlinge, aber nicht genügend Dooms. 667 nur. Ernsthaft. Was kann ich tun, um sterben vielleicht. um eventuell mehr Dinger zu bekommen. Ne, ich glaube, das bringt gar nichts. Ich komme nicht auf meine 700. Ich komme einfach nicht. nur weil ich nicht alle Gegner geplättet habe und nicht alle Dinger hier. Vielleicht brauche ich auch nur 600. Vielleicht labere ich ja gerade, auf gut Deutsch gesagt, Bullshit. die Neckab. Ja, 600 brauche ich nur. Hahaha. Wer sagt's denn? Hahaha. Mir macht keiner was vor. Doch, ich mir selber. Leider. Das heißt, wir kriegen hier... Wie viele sind's? Zehn Stück, ja. Vier, vier und zwei sind acht. Äh, vier, vier und zwei sind zehn. Vier, vier, acht. Plus die zwei Königin und Königin ergeben zehn. So meint sich das. So, natürlich ein glückslos. Rubbelmisch, Baby. Hey, ein Kuscheltier. Ein Kuscheltier gewonnen. So, war doch nicht schlecht. Wind der Verwunderung. Äh, wir gehen rein. Ich hasse diese Windlevel. Ich hasse Feuerlevel und Windlevel. Ich kann hier einfach überhaupt nicht ab. Alter, ich bin da hoch. Da komme ich aber nur hoch mit einem Superjump. Ich zeige ihn euch gleich mal. Wie er den Kleinen da oben vergewaltigt. Habt ihr das gesehen? So. So. So, guck mal. Was er mit dem Kleinen macht. Was machst du da, hä? Denkst du, du kannst Kleininge vergewaltigen, hä? Oh. Nein. Weg mit dir. Halt. Ich will doch nur nochmal da hoch. Ah, ja. So geht das. Um. Ja, okay. Alles klar. Äh. Wupp. Ja, Mann. Ja, Mann. Also, 600 kleine Dinge. Memo an mich. Selbst 600. Und, äh. 600 Looms, meine ich. Oh. Oh. Hi, Murphy. Okay, das geht dann so. Und dann kann ich da rein. Aha. Ach, schon wieder nicht richtig. Den einen Kleinen hier habe ich mal elends lange gesucht. Den ich gerade da aus dem Erddings gezogen habe. Oh, wow, wow. Ganz langsam. Bitte. Ja, drescht es, drescht es, drescht es weiter. Ich liege da einfach hin. Ich mache das. Oh. Und siehe da. Ein Geheimeingang. Wer hätte das? Ah. Yeah. So geht das. Easy, easy. Wie der sich bewegt. Hehe. Das hätten wir. Eieieiei. Okay. Machen wir es so nochmal. Und was so schön ist, machst du das nochmal so. Und dann fliege ich da drauf. Da drauf. Und hier hin. Boom. Bam. Kreis damit die Pflanze ins Auge piekst. Da hinten war nix. Ne, ich lasse es mal. Genug erkundet. Ah. Yeah. Komm her. du. Misersegner. Jawohl. Mehr Looms, bitte. Nein. Oder doch? Oh, was treibe ich denn hier? Da, nein. Und da raus. Und dann einmal berühren, bitte. Ah ja, okay. Das geht dann so. Genau. Oh Mann. Stirb. Kann können wir uns die Monster mit mir aufnehmen? Sie versuchen es. Doch sie schaffen es nicht. Eiei. Ah, was war das denn? Ein Fail. 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 Okay. Auf den drauf. Ah ne, ich töte die gleich. Die geben ja auch Looms. Ah, da kann die auch schneiden. Nein, das war falsch. Das war komplett falsch. Oh, oh, oh. Ja. Wenn ich jump. Ah, was treibe ich? Ah, schon wieder ab hier. Aber diesmal kriege ich dann... Aber so geben die keine Looms. So geben die keine... Looms. Nur wenn ich sie die... Oder die geben ja gar keine Looms. Nein, doch. Die geben. Stirb. Du Monster. Ähm. Ah. Kann ich da nicht hoch? Wartet mal. Hier hin. Zack. 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 Ah, okay. Hier ist so eine Münze. Ähm. Wiuu. Komm, Murphy. Erledige. Jetzt werde ich deinen Job... Du da. Genau du. Wie was mit sterben? Oh ja, die nächste. Geheime Tür. Drehen. Ah, okay. Wie soll denn das gehen? Ohne Superjump komme ich da nicht hoch. Moment. Ich kann ja... Rennen. Ach, das ist echt kompliziert. Kompliziert. Ein bisschen zumindest. Ah, so geht das. Komm, ich will noch den Doom. Nein. Komm, ich komm doch da. Ich will den Doom. Verdammt. Noch. Mann. Naja, egal. Den hat einen da. Auf den kann ich mehr zichten. Der juckt mich gar nicht. Fängt. Okay, hier. Naja, wo steckst du zur Hölle? Ei, 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 ei. Yeah. Den weg. Und hier. Und da. Und dort. Und rein da. Ja. Ja. Da wird ein Kleinling. Ihr wisst schon. Vergewaltigt. Wo komm ich raus? Direkt auf ihn drauf. Okay, ein Kleinling fehlt da. Ja, ich hab... Alle... Kleinlinge und sogar... Über 600 Loons. Wer sagt's denn, Baby? Wer sagt's denn? Hey. Ich will meinen Rekord halten. Nein, ich halte ihn nicht. Und ich bin gestorben, aber... Das heißt ja nicht, dass ich's... Nicht packe. Ach, wisst ihr was? Render jetzt einfach durch. Das ist mir wurscht. Ich hab ja über 600. Und du, Fettsack, was willst du, hä? Bam. Der ist ja. Oh ja. Mit allem Drum und Dran sogar. Boom. Bang. Haram. Kachamba. So, Glückslose. Ein Kleidling wird es. Perfekt. So, was gibt's hier? Rette Aurora. Geh da nahe, los. 600 Meter unter Tage. Den Level schauen wir uns das nächste Mal an. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020